Jesus mit dem eigenen Lebensstil bezeugen ist die wichtigste Gangart der Mission. Das hat Papst Franziskus' Angehörigen des Werkes von Nazareth gesagt. Er empfing die geistliche Bewegung, die von Kardinal Thuron begleitet wurde, am Mittwochabend in Audienz. Missionarität heißt nicht, von Jesus zu reden. Das wäre eine etwas ärmliche Vorstellung von Missionarität. Papst Benedikt sagte uns, die Kirche wächst durch Anziehung, das heißt durch Zeugnis. Und das ist die wichtigste Form von Missionarität, so Franziskus. Für Radio Vatikan, Anne Breckel.